Hallo, hallo, hallo. Willkommen. Oh, ich habe den Shell. So, klappt. Ja, und willkommen, Dobermann, der hat 88. Ich habe mich vorhin gejoint. So, alles. Und dann können wir mal Loops legen. Und dann, äh, irgendwas wollte ich holen. Kann ich die nicht upgraden? Verbesserte Bluuu, okay. Oh ja, ich muss Eisenerz holen. Das war es. Blutessenz. Oh, versteckte Bretter. Oh, ich kann mal eben auf Discord gucken. Oh, Delmore ist wieder da. Oh, holy, hat der viel. Äh, Retter brauche ich noch. Okay. Stellen wir hier ein paar Bretter her. Äh. Ah, jetzt, das hat geklappt. Cool. Cool. Das wollte ich machen. Nice. So. Okay. Also, dann können wir Delmore nochmal losschicken. Vorher hier aber das Update ausführen. Gnadenlose. Okay. Und hier haben wir Radiumligierung, acht Stück. Das können wir doch auch gleich mal machen. Okay. Ah, und mir ist gestern Nacht eingefallen, warum auch immer, dass ich auch ein Rezept bekommen habe für, äh, wie heißt das gleich noch, äh, für einen neuen Rucksack habe. Okay, dickes Leder. Faden. Das sollte jetzt eigentlich für die zwei Sachen reichen. Oh. Ha. Vampir-Satel. Ah. 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 Oh, jetzt ist auch noch Tagesanbruch. Okay. 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 Das können wir alles fast oben entehren. Knochen hier hin. Oh Gott. So. Äh. Thron. Ich will raue Fäden. Okay. Oops. Um. Aber ich sollte mir eigentlich noch ein paar mehr. Und Sattel dafür. 23 Minuten. Was? Startet in 23 Minuten. Okay. Oh, nice. Das können wir auf jeden Fall mitnehmen. Das können wir auf jeden Fall mitnehmen. Wie viele haben wir denn? 200 Stück schon. Nice. Oh, Gott. 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 Oh. Oh, Gott. Oh. 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 Okay. Oh. Oh, Gott. Oh. Okay. Hier habe ich einen ganz seltsamen Bug. Ich hoffe, der ist jetzt behoben. Aber irgendwie immer, wenn der Stream gestartet ist, hat sich das Spielfeld, das Anzeigefeld, nach oben verschoben. Okay. So, der Mond geht auf. Und Stoff. Hand von Drago. Anhänger des Hexenmeisters, Rot-Tempelhose. Was habe ich jetzt hier? Oh, ich kann Hosen-Upgrade durchführen. Das ist mega. Hey. Shoot. Was ist das? Vampir-Kultist. Okay, ich glaube, wir können jetzt straight up wieder nach Hause. Und mal die paar Sachen da beschwören. Leeds-Veteran. Okay. Okay. Nach Hause. So. 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 Nice. So. 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 nochmal ein paar Pollen herstellen. Jo. Cool. So. Damit wir ja raue Fäden herstellen können. Oh Gott. Wir brauchen aber noch Pflanzenfasern. So. Shoot. Shhh. 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 Okay. Okay. Uh. Drum Törtrack und Sortiment von Lagerschränken. Dämmerwache, Brustschutz. So. Erhöht das B-Tempo. Bewegungstempo. Okay. Wir brauchen aber definitiv Eisen. Das müssen wir uns jetzt hier als nächstes gleich holen. Knoten. Frühstück. Dämmer. 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 Okay. Das war's. 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 Das ist eben noch fertig. Das war's. 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 Seeking power, Nightkin. Seeking power, Nightkin. Seeking power, Nightkin. Seeking power, Nightkin. Okay. Angefroren ist er. Du alte Opferstädter. Oh Gott. Oh Gott. Gegen die wollte ich eigentlich nicht campen. Oh Gott. Oh Gott. Feel the chill. Feel the chill. Oh Gott. Oh Gott. Entschuldigung. 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 Okay, das hat uns lang genug abgelenkt, sodass wir da oben hin können. Oh, für 25 Minuten aktiv, das ist doch auch nice. Aber den Teleporter nutzen wir trotzdem. Oh, da auch. Oh. Oh Gott. 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 Ah, ich glaube ich muss als erstes hier irgendwas machen. Oha. Okay. Oh. Freunde, wir kämpfen jetzt hier gegen einen der Riesenbrüche und müssen anscheinend so Kristalle zerstören, um den großen Kristall dann nach und nach zu schwächen und dann zu vernichten, damit wir mehr stygische Splitter bekommen. Also das ist für heute der Marsch der Plan. So, und jetzt führt noch eins hier hin und dann kommen dann immer aus den Kristallen irgendwelche Wellen raus, die man vernichten muss. Und man kämpft sich dann durch und kann dann anscheinend als letztes irgendwie den Hauptgegner besiegen. Und wie man sieht, werden hier nach und nach Wellen über die Pentagramme beschwört. Und wir fügen dann dem... Oh Gott. Wir fügen dem Kristall dann Blut hinzu, der wird überlastet. Und... Also der wird überlastet und... ...gibt dann zu dem großen Kristall seine negative Energie ab und wir können dann stygische Kristalle bekommen. So, und dann wird die Energie übertragen. Der explodiert. Wir kriegen unsere Kristalle. Und ja... Weiter weiß ich... Oh, ist das... Oh, oh. Was ist das denn? Dann kommt eine niedere Blutsäle anscheinend. Und die müssen wir dann töten. Mal gucken. Oh Gott, ist das... Einer von den V-Platz? Oh Gott. Okay, und dann kriegt man einen ganzen Haufen Kristalle. Das ist sogar noch cooler. Und damit haben wir den Riesenbruch hier zerstört. Und können uns den nächsten angucken. Es spawnen anscheinend immer so ein, zwei. Also gucken wir uns den hier jetzt als nächstes an. Hier weiß ich nicht. Und das hier ist Draculas Schloss. Den werden wir wahrscheinlich nicht in Angriff nehmen. Und das hier ist auch nicht in Angriff. Und das hier ist auch nicht in Angriff. Und auf geht's zum nächsten Riesenbruch. Aber das sieht aus, als ob das hier im Lager wäre. Hier ist einer. Oh. Oh. Das war's. Und die nächste kaputt gemacht. Also den nächsten Kristall. Das war's. 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 Oh, die Pistole. Das war's. 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 So. Das war's. Oh, nice. Das war's. Cool. Cool. Das war's. Cool. Dunkel, Markus. Hmm. Jetzt sammeln wir einfach mal alles ein. Jetzt sammeln wir einfach mal alles ein. Jetzt sammeln wir einfach mal alles ein. Cool. Dann haben wir das fertig. Oh. Okay. Meine Kerzenstempel. Oh nice. Dann machen wir die Rüstung hier auf jeden Fall. Hängelaterne. Schlossschluss. Jäger. Brustschutz. Beaker. Baumwoll. Das ist Leder. Das ist Leder. Das kann ich dann für unsere... Einheit machen auf jeden. Das ist Leder. 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 Nice. So, was brauche ich denn hier für Radiumlikierung? Wie viel habe ich denn noch? Sechs. Cool. Und die und dann? Cool. Okay, damit haben wir echt viel jetzt bekommen. Okay. Okay. Gibt es denn irgendwas, was... Ja, groß. Oh. Oh. So, 400. Oh. 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 Das will ich jetzt doch mal ausprobieren. Ob man nur ein oder mehrere Level... So, kritische Treffer entziehen. Ich bin auch ein Crit-Bild. Nach dem Ton freischalten. Ah. Oh. 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 die Domina sehr weit im Norden. Oh, Stufe 2. Stufe 80. Hey. Genau. Dann läuft die hier. Läuft die hier rum? Okay. sehr nah also ist sie wahrscheinlich hier im haus drin oh mein Gott oha also das ist Domina die Klingentänzerin ok das ist wirklich ne Domina äh also eher weniger und das war's mit Domina wir kriegen ne neue Häckseleinheit von ihr ein Teleporter und ganz besonders eine Eisenpeitsche oh cool ja ich weiß so und als nächstes Morgendorn Insignienrüstung Angraben der Läuterer strahlender Brei mutierte Ratte ok was für Zauber bekommen wir oh nice Sturmschleier oh der ist sogar nah ok Pferdchen liebes Pferdchen was hast du getan so auf gehts Becken der Wiedergeburt oh oh das ist Angraben Hilfe Das ist perfekt Fertig das ist fach death die 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 kopf I will destroy it! Oh, God! Oh, God! Verdammt! 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 Der hört sich ein... ...bisschen nach nem Dalek an. Cool. Und von dem bekommen wir... So, und damit haben wir Angramm der Läuterer. Wir bekommen von dem ne Rüstung, Sprengstoff, ne mutierte Ratte... ...und... ...ja, Sprengstoff. Aber das ist alles ein bisschen komisch. So, K... ... 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 Oh Gott So Was habe ich freigeschaltet? Oh Gott So Tritt in die verbotenen Wälder Jeder Winkel der Welt Okay Seidenrauben Interessante Region Was bedeutet denn Seidenrauben? Verfluchtes Holz Okay Gorecrusher The Warcrusher The Behemoth Okay Geisterpilze Maglose Haut Die Sonne geht auf Schützt uns denn Nebel Oder nicht Oh Wow Nice Man kann sich verlaufen Ah Und Verfluchtes Holz Ah Makellose Haus Das haben wir freigeschaltet Das haben wir freigeschaltet Okay Das ging schnell. Schade. Hey ho. Oh Gott. Ich habe noch ein bisschen am, Hilfe, am Echo-Server versucht rumzuexperimentieren und ich steige bei der Twitch-Integration nicht zu, äh durch. Das ist richtig schlimm. Ich habe noch ein bisschen was für einen dauer Fisch. Aber ich habe noch ein Video-Integration. Aber ich habe noch ein Video-Integration. Ich habe noch ein Video-Integration. Naja, da muss ich morgen nochmal gucken, es kann auch sein, dass man hier noch irgendwas anpassen muss und ich krieg die Server GUI halt nicht gestartet. Ja, gerne, also ich hab, ach verdammt, ich hab geguckt, ob ich das irgendwo rausfinde, aber Echo und Twitch sind eine Kombination an Namen, die echt unvorteilhaft sind für Google Suchoptimierung. Du findest da gar nichts. Entweder irgendwas zum Thema, wie man eher sicherer mit Hardware umgeht, also wie du es umweltfreundlicher machen kannst oder du findest nur Sachen für Twitch, aber nicht das, was du eigentlich willst. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Hexenhütte. Ja genau. Oh, falsch abgebogen. Okay. Was ist das? 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 Gott sei Dank Oh, der hatte 74 Was ist das? Oh, der hatte Karena vorbereitet ja genau und da habe ich mal den Save Game von Foundry drauf hochgeladen ich dachte mir vielleicht besteht da Interesse und ich habe bei Foundry Urkels Mods ausprobiert alter Schwede ist das geil vor allem du kannst damit die Sachen für ach wie heißt das gleich noch die Sachen für wie viel aus einer einzelnen Eisenerzader zum Beispiel rausgezogen werden kann und 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 habe ich alles angepasst und mal geguckt weil ich habe mittlerweile vier Olumit Felder leer gepumpt und das ist nicht mehr feierlich und jetzt sind das riesengroße irgendwie eins habe ich angepumpt mit sieben Millionen Millionen Öl also ich kann die Mods nur empfehlen die sind auch cool sind auch total einfach zu installieren oh nice die die Fracktürme sind das was das Spiel wieder interessant macht habe ich gefunden weil irgendwann ist es echt nervig mit den wie heißt es gleich noch mit den Erzadern wenn du einfach nicht mehr genügend raus bekommst was ich noch nicht ausprobiert habe und ich habe es auch noch nirgendwo Hexe ich habe es noch nirgendwo gelesen ob man ein Fracktower nur auf Erde hauen kann ja also das ähm dass man zumindest irgendwie dieses Öl vermehren kann weil ich warte wenn wir gerade darüber reden oh den nehmen wir mal mit machen wir doch mal kurzen Ausflug Foundry rein oh ja sorry schon wieder völlig vergessen ach ja und das coole ist auch noch äh dass du die Mods auch eins zu eins äh wie du es auf dem PC installierst auch auf dem Server installieren kannst also du ziehst die einfach rüber wieso idle die Kacke was ist hier oh ähm mein Server ist da hinten also da hinten der steht bei mir im Wohnzimmer was ist denn so interessantes passiert oder ist irgendwas wieder abgeraucht achso ähm weil ich äh neues Safecam da reingeladen hab und äh der deswegen noch ausgeschaltet war ach ja und das wichtigste überhaupt ähm hier ja ja ich musste ganz hier hinten hin für Olumid ja also je mehr du generierst desto größer wird die Welt und für das Öl muss ich jetzt dahin reisen weil die zwei Ölfelder leer waren und die zwei sind auch leer richtig nervig aber ja das war richtig nervig ähm ähm der ist gespeichert unter save games und 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 so so hier habe ich auch den speicherort für den save game abgelegt du kannst das 7zip einfach entpacken und dann hast du den kompletten spielstand vom 18 also das ist nicht der aktuelle save game aber das wichtigste überhaupt ach ich habe es endlich bekommen heute schön zwei stunden motorrad gef nee zweieinhalb stunden Motorrad gefahren und äh entspannterweise war die hälfte der zeit regen ach ich wollte gucken wie viele Olumid wartungsdrohnen 37 verkauft mhm ich habe 1,2 millionen firma liedstangen im lager also das ein bit was genau und das ganze ist nur aufgefallen weil ich keine äh den ganzen kirchenmeer verkauft habe ach ja und das wichtigste überhaupt ich habe auch diesen stack multiplier eingesetzt alter ist das geil das nicht den machen und das ist das ist das ist auch Oh. Ja, das ist absurd, oder? Ja, das stimmt. Ja, das stimmt. Okay, der Kram ist langsam auch voll, das heißt, hier geht es jetzt auch voran, dass dann bald hier massenhaft rausgeliefert wird. Das müsste eigentlich sich auch nach und nach auffüllen. Ja. Ja, aber das ist jetzt aktuell die Welt und problematisch ist halt wirklich mit den Olumitvorkommen und ja. Und leider ändert sich auch nichts mehr an den alten Vorkommen, das ist ein bisschen schade und ich wollte einmal gucken, Küken, so, äh, Crafting, ob man Fracking Tower auf einen Olumitvorkommen setzen kann und dann Öl erhalten kann. Aber ich bezweifle es irgendwie ganz stark. Ja, das stimmt. 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 Ja. Ja, das stimmt. Ja. 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 Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020 So, der ist fertig. So, der ist fertig. Okay. Schade. Das wäre noch nice gewesen, würde das funktionieren. Ich glaube, ich habe so ein paar Anzeigefehler. Oh man, hey. Okay. 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 Aber was ich cool finde ist, dass Foundry nicht nur das Spiel von Haus aus Mods unterstützt, sondern auch der Server von Haus aus und das im Early Access, das findet man sowas von verdammt selten. Oh, bei uns sind aktuell hier, äh, Killermücken des Todes. Die sind übel. Die sind so groß wie Schuster. Ja, auf jeden Fall. Und was ich halt entspannt finde, dass die Entwickler sogar darauf reagieren. Also wenn, im, im Discord-Server ist dann einfach, äh, der Foundry-Entwickler am Diskutieren mit den Bot-Entwickler, was man da noch besser machen kann. Also, besser geht's ja eigentlich nicht. So, oh, wenn der alte Wanderer. Oh. Nö. Ich will Ben nicht verlieren. Nö. Oh, verdammt. Ah, Gott sei Dank. So. Jetzt haben wir Ben gefunden. Der sieht ein bisschen aus wie aus Herr der Ringe entführt. Und... Wir kriegen... ...irgendwelche Sachen von dem. Und zwar können wir makelloses Leder herstellen und Leichentuch des Waldes. Damit wird man immun gegen den Fluch des Waldes, dieser Nebel, der sich hier überall befindet. Das heißt, wir können uns hier leichter fortbewegen, weil aktuell habe ich keine Ahnung, wo ich bin. Also, das können wir wegschmeißen. Das können wir wegschmeißen für das hier. Für Banner. Da ist mein Pferd. Und wohin führt das hier? So. Ja, also, dass die sich unterhalten und das... Gott. Discord. Wo bin ich? Öh. Ähm. Moment. Was hat hier ein Geräusch gemacht? Egal. So. Also, ich bin ja positiver Hoffnung, dass die Entwickler da sehr viel noch machen. Und... Was auch wichtig ist, und ich hoffe, die setzen das um, ist, ähm, dass die sich nicht von Paradox zu sehr beeinflussen lassen, sodass irgendwann, ähm, ein DLC für... Was können wir uns da ausdenken, ne? Also, irgendwelche DLCs rauskommen, die irgendwelche Sachen bringen, die eigentlich im Basegame sein sollten. Äh. Also, ich habe keine Ahnung was, aber, ne? Das kann man sich ja leider bei Paradox so gut vorstellen. Das kann man sich nicht mitnehmen, wenn man einen Einzelnen gibt. Okay. oi schon wieder habe ich keine ahnung wo ich bin das ist da ist Oh, komplett falsch gelaufen. Oh, god. Okay. Da ist der Telefon. Komme ich irgendwie an den Teleporter hoch? Ah, hier, okay. Okay, ab nach Hause. Und jetzt Rüstung entleeren, äh Taschen entleeren. So. Oh ne. So, Geisterkristall. Fortgeschöntenes Malwerk, okay. Das können wir blinken, das können wir ablegen. Das können wir hier rein hauen. Das hauen wir hier rein. Guck mal eben, Idiot. Eismagie. Oh. Wir müssen hier einmal eben ernten. Okay. So. Und hier können wir mal eben Wels reinschmeißen. Und hier oben, wenn wir dann einmal eben neue Forschung machen. Haben wir denn etwas, oh ja, wir haben Banner. Wir können Banner erstellen. Wow. Dunkelmargo Stiefel, wir haben schon fast alles freigeschaltet. Hier schaltet Eis. Okay. Okay. Oh. Wir brauchen Gliver. Davon müssten wir eigentlich noch ein bisschen was haben. Und dann können wir das hier für dem, oder im Schneiderbau hergestellt. Ah. Geisterpilze. Und Flanken. Ach, das hätten wir ja schon längst herstellen können. makelloses leder und seide morgdorn stiefel die sehen cool aus das ablegen und wir uns eben ein wenig glibber glibber bist du hier bist du hier hier ja wir brauchen eine pflanzenfasern dann können wir uns da ein bisschen in dem wie heißt das gleich noch und da hatten wir noch was anderes freigeschaltet und wir können uns dann ein wenig der hier hat uns das gebracht die hier die domina hat uns zwei sachen gebracht okay das ist schlimm so ich würde mal eine ganz kurze pause machen mir etwas zu trinken holen und einmal kurz auf den klo gehen und ja genau es gibt ganz viele emotes die wir ausführen können genau aber dann würde ich sagen sehen wir uns gleich wieder und holt euch was zu essen trinken usw ok und dann bis gleich und dann bis gleich Untertitelung des ZDF, 2020 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 Und damit haben wir Ugura Angora die Spinnenkönigin getötet Wodurch wir jetzt Zugriff auf Seide bekommen Womit wir noch ganzen Haufen mehr Sachen freischalten können Und neue Rüstung Weil ich habe gesehen Wir hatten schon beim letzten Gegner was freigeschaltet Also Es ist jetzt Zeit für neue Rüstungsprojekte So Da passiert dann nichts Ich versuche immer noch den Fehler rauszufinden Warum zwischendurch Das hier rumbackt Und wir können jetzt easy going unser Pferd einfach immer beschwören wie ich festgestellt habe Das wusste ich auch nicht dass das funktioniert Okay Seide und Spinnenform Okay Oh Oh, falsch Richtung. Wie sieht mein, das Inventar sieht noch gut aus. Super. Dann reiten. Schon wieder vorbeigelaufen. Da ist ein hässlicher Frosch. Da ist ein hässlicher Frosch. Oh, nice. So, wohin muss ich? Da rein anscheinend. Oh. 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 Das war's. Das war's. So, was bringt denn der? Oh, Spektralstaub produziert im fortgeschrittenen Malwerk und dadurch können wir Todesfeen schwören. Okay. Foolrod, der Seelennehmer. Der sieht aus wie eine Ratte. Oder ist das ein Pferd? Das ist ein Pferd. 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 Und damit haben wir Fullroad, der Seelennehmer. Und wir bekommen dadurch die Möglichkeit Spektralstaub herzustellen, womit wir dann Geister beschwören können am Grab. Kann man sich auch mal angucken. Das ist ein Pferd. 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 So. So. Dann gucken wir mal, was für neue Sachen wir freigeschaltet haben. Der nicht. Produktion. Produktion nichts Neues, aber Veredelung haben wir jetzt... Verstärkte Bretter und Schrott. Okay. Oh. 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 brauchen tücher wie krieg tücher hergestellt gras und ok dann holen uns gleich mal gras gras und leder das nehmen wir mit das so und 1 2 3 damit sollten wir noch ein paar bluteszenzen oh holy und das Okay. Oh, technischen Schrott können wir auch noch machen. Okay. Wir können gerne 14 Uhr machen. Das würde mir auch ganz gut passen. Da würde ich nämlich morgen nochmal mit dem Motorrad losdontern. Und ja, dann machen wir einfach die Schott Call würde ich sagen. Hilfe. Ja, also ich wäre dann so gesehen startklar. Ich habe sogar schon meine Maus konfiguriert, dass ich den Discord ausschalten kann. Was man sich aber auch überlegen kann ist, es gibt in Echo ein Voice Chat. Und ich weiß nicht ob der über Proximity läuft. Das heißt, wenn du in die Nähe kommst, hörst du nur die Leute, aber wenn du wegläufst, hörst du die nicht. Wäre auch eine Option, aber das kann man ja morgen mal in Ruhe besprechen. Okay. 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 Das war's. Raupen und... Okay. So, Seide. Neue Rüstung. Makelloses Leder. Okay. Orgendor und Brustschutz. Ja, ich hatte auch gesehen, dass das nur Push-to-Talk ist. Ey, aber... Ich glaube, das Einfachste ist, dass wenn sich zwei Leute zum Beispiel auf dem Server treffen würden und das Ganze ausprobieren. Dann wird man rausfinden, ob das Proximity oder... Oder... Ja. So. Ey, das wird bestimmt ganz entspannt. Und das Einzige, was ich noch raussuchen muss, ist... Ähm... Warte. Mal gucken, ob das funktioniert. Ich muss mir das noch raussuchen. Okay. Okay, dann... Da guck... Da such... Da setze ich morgen richtig viel Zeit für hin. Und versuche... Mir hier noch ein Soundboard auf meinem Tablet einzurichten. Für den Ruf von Turbinator... Ecke... Das ist dann egal, was passiert. Man hört immer den Ruf... Ecke... Ja, genau. Aber mit ganz vielen Ös. Und einfach... Egal, was passiert. So... Ecke... Oder aus... Äh... Oh, das... Ich... Das muss man sich eigentlich noch besorgen. Ähm... Wenn man ein Reh erlegt oder so, dann einfach Survival! Das wird so gut passen. Jaaa... Und wenn man irgendwas abbaut, egal was... Läuft immer Kohle, 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 Kohle... Obwohl, ich glaube, dann dreht man durch. So viel, wie man da abbaut. Ey... Da müsste man gucken, ob es so ein... Ob es irgendwie so ein... Modpack gibt... Ähm... Was sowas überwacht. Dass man dann dafür Soundfiles einfach festlegen kann. Das heißt, äh... Für verschiedenste Tätigkeiten werden dann verschiedenste Soundanwendungen gestartet. Das heißt, äh... Alrighty... Man. Ich komme schon gemeinsam und zur Verfügung." Ich habe geg dollars dazu in denанизstellen. Wasser ruhig von Verstöne. Das war's. Ja, das hatte ich auch heute, ähm, noch eingerichtet. Notfalls kann man sich ja immer über, äh, Push-to-Talk bemerkbar machen. So, gibt es hier noch was Neues? Teleporter. Ah. Besser und Steinziegel. Steinziegel. Okay. Kann ich da reinlaufen und... Das ist ja cool. Oh, ich hab Gartenmöbel. Also, langsam geht's ja nicht mehr besser. Dekoration. Säulenornamente. Oh, aber Banner. Musik. 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 Oh. Oh. Uh. und beleuchert oh Gott Kerzenständer haben wir ein paar Feuerschalen wow wir haben richtige Laternenfehle also das finde ich wieso ist hier ein Loch in der Decke ach ja und eine ganz wichtige Sache es kann sein dass ich zwischendurch an den Konfigurationen rumspiele von dem Server einfach nur so für Sachen wie wie heißt das gleich noch oh warte fällt mir gleich ein so Sachen wie es gibt ja die ah wie heißen sie gleich noch diese Permits womit du oh Gott wieso ist denn das blockiert ah mir fällt es gleich ein el momento also es gibt ja diese Permits womit du Landfläche buchen kannst oder beanspruchen kannst und ich glaube da bitte nicht drauf verlassen dass das zwischenzeitlich echt viel zu wenig sind und dass man da einfach mal gucken muss dass man da sich vielleicht ein paar mehr freischaltet oder sowas auch was ist Oh. So. Oh, ich hab die Sachen. Also ich weiß nicht, wie du das siehst, aber Spiele sollen Spaß machen und nicht frustrieren am Ende. Und wenn es einfach nur nervig wird, dass wir da irgendwie keine Ahnung Sachen machen müssen, damit es vorangeht, dann sehe ich das eher so. Hey, komm, dann lass uns da eben eine Änderung machen und fertig. Ich bin gespannt. Oh. Okay. Nice. Kurze Frage. Bindest du den dann einfach nur in deiner Beschreibung ein oder? Wie läuft das? Weil ich hab damit noch nie gearbeitet. Okay. Coole Idee. Das werde ich dann auch machen. Weil es gibt doch auch von Twitch selbst diese Funktion. Die kriegst du wahrscheinlich aber nur, wenn du schon Affiliate bist oder Partner. Okay. Okay. Zum Glück kenne ich mich mit Twitch außerordentlich gut aus und kann dazu jede Frage beantworten. Also überhaupt nicht. Okay. So, jetzt kann ich mir hier neue Sachen angucken. Das finde ich cool. Fast Tarnung. Haben sie was aus Solid Snake übernommen? Äh, ne, Metal Gear Solid. So. Was hat der denn? Oh. Geistergarn und fortgeschrittener Webstuhl. Geistergarn. Okay. Henry Blackburn, der Doktor. Äthnöme? Was? Äthnöme? Äthnöme? Prägung nicht. Den machen wir jetzt. Wilfried, der Dorfälteste. Oh. 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 Der ist top notch Also das werde ich auch so machen Und Osten Ist der immer noch in Nordosten? Westen Warten wir uns in das Vampirportal Oder hier Südwesten Dahin? Westen 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 Was ist das? 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 Oh oh, 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 Oh. 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 So und damit haben wir Albert, der Herzog von Balaton erledigt. Ist ne komische Kröte gewesen. Sieht nicht hübsch aus und er hat seine Krone verloren, aber wir haben von ihm die Prägung von Münzen bekommen. So, wo befindet der sich? Südosten in der Nähe. So. Oh oh. Ich hasse Mücken. So. 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 Turn to me, my steed. Okay. Dunia. Na? Oh. Cool. I got like this. Oh, what's this? Ah. Okay, whew. Das war's. Okay, wo ist er? Geisterwäsche da. Ah. Krühl, der verfluchte Schmied. Oh, der hat ein bisschen was von Illy daran. Bend like steel. Or break. I'll admit, I do like the crunch. You need a lot of work. Gather your arms. I can create and destroy. Oh Gott. Oh mein Gott. Und damit haben wir Zyriel, der verfluchte Schmied, wodurch wir Silbererzbarren herstellen können oder Silberstahlbarren. Wir bekommen eine neue Schmiede, haben Akt 3 abgeschlossen und erhalten auch noch einen Amboss. Das werden wir uns jetzt mal alles fix angucken. Hmm. Ich glaube, es ist ein bisschen ein bisschen ein bisschen ein bisschen zu 1400이즈. Huh. Oh. Oh. Ich kann hier bitte auch aus constructionen. Oh. 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 So. Oh. Dang. Oh. Oh. Das war's für heute. Das war's für heute. Aufi, aufi, ab nach Hausi. Gorgos, Gorgosch, der Bärmoth. Oh. Aschenheim. Okay. 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 Gnadenlose Eisensensor erhalten. Sauber. Okay. 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 Das ist alles ein bisschen viel. Okay. 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 Das hatten wir doch hier irgendwo, ne? Bei uns ein wenig Spektralstaub. Verstärktes Brett. Und dann können wir uns hier Spektralstaub holen. Oh, die sind größer als gedacht. Oh ja. 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 Veredelung. Oha. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Schönen. Steinziegel. Okay. Okay. Oha. So. Und wie kann ich Dunkelsilber herstellen? Silber und Spektral. Dankeschön. Schönen. 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 So, da ist doch jetzt die große Frage. Mod Westen. Kann das denn hier noch unterwegs sein? Das Land sieht hier irgendwie anders aus. Technischer Schrott, leere Batterie. Glas. Gucken wir doch einfach mal. Oh Gott. Hey. It's going fine, but if you want to sell me something for the stream, I'm not interested. No. Sorry. Ah, I'm playing. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Das ist richtig nervig. Das ist mittlerweile bei jedem englischsprachigen Shatter eine Standardantwort. Und gefühlt sind die auch zu 90 Prozent bottig. Oh, Radium die Gierung. Yeah, thank you. And, uh. I'm not sure if it's growing nicely, but I'm trying. Yeah, da brauchst du kein Bannhammer-Schwingen, die kommen eh nicht wieder. Aber ja. Genau. Äh, I didn't oder I don't try FPS games because they are not my my kind of game or something like that. Ähm, hey, willst du ein A kaufen? Ja. Guten Abend. Ein A für Advertisement oder was? Ah, Sesamstrasse, du Banana. Gott, oh Gott, oh Gott. Ähm, lol is too repetitive for me because you do the same thing every 20 minutes and it's very boring so was brauche ich hier radium regierung zwei stück bist du in der sesamstraße unterwegs und versuchst amphetamine zu verkaufen ja das habe ich nie geguckt das tut mir leid by the way I also start my streaming channel nice on and what do we want to stream ach ligierung ah ok nice GTA I'm only playing the singleplayer campaign but I'm not interested in GTA online or multiplayer ja so wie konnte man das nochmal ah mechanische teile v rising is a nice game but it's sometimes very difficulty difficult so but you can adjust the difficulty and you can do a fine config and you can configure it like you want to play damit kriegen wir die letzte ledertasche fast letzter so 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 stand. Keine wobbligen Reifen. Anlass da war in Ordnung. Das ist wirklich so, keine Ahnung. Eine halbe Sekunde bis... Eine halbe Sekunde bis Sekunde gedrückt hat, ist die Maschine an. Der Drosselsatz bin ich selbst. Alter Schwede. Der Gegenwind war zum Teil bei mir so hart, dass wenn ich mich aufrecht hingesetzt habe, um die 20 bis 25 kmh gedroppt sind. Einfach weil ich so ein Luftsegel bin. Das ist echt geil gewesen. Aber von 0 auf 100 in ungefähr mit mir drauf 6 Sekunden. Das ist völlig übertrieben. Und hat mega Laune gemacht. Aber der Anfang waren ein bisschen shakige Hände. ähm das war erstmal dieses Gefühl für die für den Gashahn zu bekommen, weil du hast nur ein bisschen zu doll und die ist sofort abgegangen. Das war übel. soo 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 how long have you playing V-Rising? um maybe for 20 or 30 hours right now but I have played it around around 2 or 3 years ago? soo Nordwesten yeah but I'm more interested in building the castle and I'm waiting for the last uh decorative stuff and I'm looking for something I can place better and then I'm happy haha soo oh aber die Maschine kommt übrigens nächste Woche irgendwann in die Werkstatt und dann wird mal geguckt ähm wie viel Schad die jetzt von dem ganzen Kram genommen hat das ist die Glasproduktion ne? äh dann bin ich hier falsch ja also die ähm die zieht richtig das ist echt übel äh ne aber ähm die stand jetzt ungefähr zwei Jahre und nicht dass die irgendwelche stand schäden oder sowas deswegen will ich die jetzt nicht noch mehr fahren ich bin auch nur einmal schneller als äh 110 gefahren äh einfach um zu testen aber also ich bin bis 180 gefahren das ist echt unmenschlich dafür bin ich nicht gebaut das geht gar nicht da hatte ich das Gefühl als ob ich gleich vom Motorrad runter fliege so mit ein bisschen Panik dabei ähm ja genau so was ich weiß nicht wie alt die Reifen sind die Batterie hatte jetzt aufgegeben also deswegen äh ich war bei der Tankstelle hab Reifendruck kontrolliert hab geguckt ob ich da irgendwelche Risse sehe und so weiter lag dann mit der Taschenlampe unter dem Teil ob ich irgendwas sehe ähm hab die Lichtmaschine noch gemessen also das lief alles super ähm nur ich kenne mich mit Motorrad Motorrädern halt nicht aus genau und deswegen geht die in die Werkstatt ich werde die Tage jetzt auch nicht viel mit der fahren wenn überhaupt gar nicht wahrscheinlich eher ah ok cool danke das schreibe ich mir eben auf vierstellig dann wahrscheinlich 05 23 oder sowas ne Reifen prüfen Datum vierstellig Dankeschön wünsche ich dir auch und dann auf jeden Fall bis morgen 14 Uhr äh da bin ich dann am Stissel und gute Nacht und äh ja danke fürs dabei sein auf jeden Fall Monat und Jahr ja gut dann dann passt das ich habe mir das gerade aufgeschrieben ähm das werde ich morgen als erstes kontrollieren aber das war halt auch die Vermutung dass ich dann erstmal neue Reifen okse gut Nacht also gute Nacht äh wo bin ich denn hier gelandet ok super danke für den Tipp da hätte ich im Leben nicht drauf geachtet das einzige was ich bei Reifen kenne ist wie das Sommer und Winter Reifen Symbol ausseht ne aber ich ähm wollte noch die Kette zumindestens reinigen lassen und überprüfen lassen die Reifen überprüfen lassen und dann gleich äh TÜV mitmachen lassen dass ich da einfach einfach auf der sicheren Seite bin und man weiß ja nicht was wenn die Maschine ähm zwei Jahre Stand insgesamt jetzt mit mir zusammen in zwei Jahren 170 Kilometer gelaufen ist ne ähm dass die Reifen nicht auch einen Schaden bekommen haben oder so so Standschäden halt ne und nicht dass ich damit dann keine Ahnung auf die Autobahn fahre eine Runde fahren will und äh mir platzt da der Reifen einfach weil der von Arno Tobak ist höh ein Kleriker Pferde Pferdeschemata Armeelager Silberlich oh Portal ja so sehe ich genauso aber jetzt auch werden die nur ein Jahr alt aus was für Gründen auch immer ne und äh die haben zu lange gestanden haben eine Unwucht oder ne man weiß es ja nicht weil du den Reifen halt nicht abschrauben kannst also ich zumindest nicht und dann gucken kann wie die Lauffähigkeit ist also das das würde ich gerne überprüfen lassen ja also deswegen direkt in der Werkstatt alles kontrollieren lassen Kostenvoranschlag und dann wird geguckt wie ich das mache naja ja ja aber da war ich auf andere Dinge konzentriert ähm das war auch nur keine Ahnung ganz kurz und dann bin ich wieder runter auf äh 110 also das war mir zu uff 1 2 2 2 3 4 5 Edelstein Stau was sieht denn hier nach einer Mine aus ist das hier eine Mine das hier könnte eine Mine sein oh ich finde lügen wenn ich jetzt nicht sagen würde glaube ich dir sofort ähm ich habe den Schein auch nur gemacht weil meine Ex Freundin den hatte und wir dann zusammen immer durch die Gegend geiert sind cool heilige Silbermine unverwundbar wie kommen wir denn da rein mit Meine Form ist Fluid. Oh. 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 ja genau und ich kann sagen es macht spaß aber das ganz schnelle fahren ist nichts für mich da habe ich echt panik bei bekommen und ja aber so zwischendurch mal ein bisschen mobil sein das ist schon ganz cool vor allem wenn es halt einfach so um sachen geht oh gott wo man mal eben wohin will da bin ich jetzt sonst immer mit dem fahrrad hingefahren das war ein bisschen nervig oder habe es dann auch abgesagt wenn es halt irgendwie wirklich weiter weg war wo ich dann irgendwie mit eine stunde mit fahrrad unterwegs bin und das geht ja jetzt echt entspannt und bei dem preis konzert nicht mecker push Oh, hier ist ein Durchgang Hello, Guys Ich bin der Neue hier Was geht ab? Und Sklavenmeister, ist klar Ich bin der Neue, Ich bin der Neue Oh, ich hätte nachdenken, muss sein Kacke Das ist nicht am Ende Oh, ich bin der Neue Ich werde meine Willen From beyond, return to my side Oh, ich bin der Neue Falsch abgebogen Oh, ich bin der Neue 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 Oh, wir brauchen noch Ur. Und dann sollten wir neue Waffen erhalten. Oh, ein dunkles Übermacht. 48 gegen 39. Und was ist, wenn wir jetzt... Oh. Nice. Okay. 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 Ahem. Noch ein. Okay. Okay, nice. So, was brauche ich für einen Silbertrank? Seuchendorn. Habe ich Seuchendorn? Oh. So, was fehlt mir denn hier jetzt noch? Oh, noch zwei Sachen. So, was geht mir denn hier jetzt noch? Und Prägung. Ah, ich brauche einen Goldbarren. Goldbarren stelle ich hier ja mit. Kann ich noch nicht herstellen. Okay. Dann gehen wir doch mal shoppen. So, ich wollte da. So, ich weiß nicht. So, ich musste da. Schau mal auf meine Wehrs. willkommen stranger verdammt was macht die welche Edelsteinhändler schädel 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 was brauchen wir denn hier kraft kerne ok da habe ich noch keine ahnung wie die funktionieren da werde ich jetzt mal testen gab der nicht noch irgendwas anderes phantomschreie ich ja Spektralstaub. 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 Ja, das sieht doch deutlich besser aus. Spektralstaub. 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 Oh oh. Oh oh. Spektralstaub. Spektralstaub. Oh oh. Save us. Save us. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Ui, ui, ui. Ui, ui, ui. Ui, 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 ui. 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 Ui, ui, ui. Ui, ui. Ui, 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 ui. Ui, ui, ui. Ui, ui, ui. Ui, ui, ui. Ui, 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 ui. Ui, 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 ui. Ui, 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 ui. Ui, 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 ui Untertitelung des ZDF, 2020 Oh. Ich frage mich, ob wir hier ein Untoten machen können. Also einen Untoten Paladin, ob man dafür in der Schiefe kommt oder sowas. Mal kieken. Der Mond geht auf. Ich frage mich. 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 Dann holen wir uns mal eben Pollen. Ich will nämlich noch ein paar Scrolls herstellen. Sicherheitshalber. Ich will nämlich noch ein paar. Ich will nämlich noch ein paar. Untertitelung des ZDF, 2020 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 So, wie weit ist er denn? Noch 12 Minuten. Noch 13 Minuten. Jaw. Fertig. W-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w! Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Ich wünsche eine gute Nacht und schlaf gut. Und dann sehen wir uns auf jeden Fall morgen. Und ja, danke fürs Dabeisein und Tschöriö und auf Wiedersehen. Tschöau.